Blubber Oh, Creeper. Oh, fuck. Hinter dir. Oh, sie ist tot. Ich bin wieder runtergefallen. Oh, ich dachte schon. Ne, sie ist umgekippt und gestorben. Aua, aua. Kann das Gifst mal bitte aufhören? Ach, Gott sei Dank. So, aber hier ging es wirklich runter. Die kam nämlich jetzt hier hochgeklettert. Ich habe nur ein bisschen Angst. Oh, ein Zombie? Und ein Creeper? Jo, der hat uns aber schon mal noch nicht bemerkt. Jetzt aber. Ne, immer noch nicht. Zwei Creeper. Scheiße. Und ein Zombie. Der hat Creepers wieder durch den Boden durch. So, halb. Dahinter steht noch ein Creeper. Okay. Wir sind hier in ein interessantes Stück Höhle geraten gerade. Wie es aussieht. Ist da noch was? Ne. Hier nur irgendwas Spinnenmäßiges. Das tue ich auch. Über uns ist Enderman. Ja, Andy ist nicht so schlimm. Ja, ich meine nur so. Du hast wieder einen Creeper? Sag. Auf jeden Fall ist hier unten drunter noch eine Höhle. Pass auf, wenn du, falls du das Eisen hier abbauen willst. Okay. Ach, da ist Spinny. Hey, hau mich nicht. Danke. Und da ist noch ein Creeper. Da sind nicht so viel Creeper. Und da sind wir schon fast wieder draußen. Huch. Oh. Das war wohl Creeper. Ja. Irgendwie war ich nicht weit genug weggelaufen oder so. Ja, aber du bist zum Glück beliebt. Ja. Hat mir keinen Schaden gemacht, glaube ich. Gar keinen. Hier ist relativ viel Eisen. Ja. Ich will nochmal einen Minecart finden hier. Ist das dir zu viel verlangt? Scheinbar ja schon. Das ist auch noch Eisen. Da in der Ecke. So. Wo war das Eisen, was du rausgebaut hattest? Irgendwo aus der Ecke war hier, ne? Hier irgendwo war ein Creeper versunken. Das passiert ja eigentlich nur, wenn da noch was unten drunter ist. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Ähm, wohin? Ich weiß es nicht. Hier kam gerade Höhengeräusch. Auch wieder hier, als ich hier gerade gebaut habe. Ja, wer weiß. Ich weiß nicht, was für eine Entfernung das ist, am Ende. Hm. Ist das dann noch ewig weit weg? Äh, da schien nichts mehr gewesen zu sein, ne? Ah. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt sind wir hier. Dann gucken wir mal nach hier. Hinter. Ich dachte, hier hatten wir irgendwo auch noch was offen. Wo? Bin mir nicht sicher. Wupp, wupp. Woher hier? Waren wir dort schon? Moment. Das musste ich erstmal finden. Ach da. Ich weiß nicht. Waren wir jetzt Schienen noch? Ah, hier ist nichts weiter. Da lagen nur noch ein paar Schienen. Hm. Da haben wir mittlerweile das Größte ausgekundschaftet hier. Scheint so, ja. Und nun? Wollen wir dann unsere Rungenschaften mal nach Hause bringen? Ja, lass uns das tun. Wir brauchen nur Esel. Ja, da werden wir jetzt nicht so schnell welche finden, glaube ich. Erstmal eine Runde schlafen. Damit dir der Tag wird. Jo. Hallo, Itzfuhl. Cool Proof. Wie geht's dir so? Wir können jetzt die Sättel nehmen und erstmal Pferde zähmen. Das wäre das, was ich sagen würde. Mal hoch. Okay. Erstmal noch das Zeug hier reinpacken. Ja. Oh, das Essen kann ich direkt in den Ofen bauen. Na, na. Geh da rein. Hast du Gold noch gehabt? Nö. Nö, okay. Dann hau ich das jetzt hier mit rein. Mit dem Sattel. Und ich glaube, für uns ist ein Zombie oder so. Oh. Ja. Ja, der war direkt über uns. Haben gerade hier runtergefallen. Und dann können wir mal hochgehen und Pferde zähmen. Sofort. Ähm, hast du, ja, für uns beide, ne? Hast du dabei? Was? Nein, ich hab nur meinen mitgenommen. Deiner ist noch in der Truhe. Nö. Oh. Ach, komm schon, ey. Komm schon, ey. Ich weiß nicht, ob wir hier auf der Ebene direkt noch Esel finden, aber so riesig ist hier nicht. Keine Ahnung. Aber wenn wir Pferde haben, können wir dann schnell hinreiten und gucken. So, die Wand, glaube ich, dort vorne irgendwie. Oh, wenn wir das schönes Tageslicht und grüne Weiden mit Blümchen und ein Fluss. Ah, das ist fertig. Keine Untergrundminen. Die ganze Zeit Buddle Company. Ach, guck mal da. Ach, ne, da ist nun. Dann rennen wir zu den Pferden. Hier liegen Pfeile rum. Das ist sehr gut. Oh, ist ein Skelett verbrannt. Scheinbar. Im grausamen Sonnenlicht. Sorry, Schaf, ich wollte hier eigentlich nur scheren. Guck mal, ein pinkes Schaf. Wo? Da links. Bist du denn schon wieder, ey? Hier. Da am Hang steht ein pinkes Schaf. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die auch... Ja, wusste ich auch nicht. Wahrscheinlich auch nur eine voll geringe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, schätze ich mal. Wie viele Schafe hier rumstehen? Aber keine Esel. Manu. Wo waren denn die Pferde? Da vorne irgendwo. Ah, ich sehe sie schon. So, jetzt musst du irgendwie... ...ne leere Hand nehmen. Guck mal, rechts Hasen. Ja. Hallo, Hase. Ich bin ein schwarzer. Das sind wahrscheinlich die gleichen. Oh, pass auf, da ist ein Loch. Und noch ein Albino-Hase. Du musst jetzt mit der rechten Maus, also mit leerer Hand draufklicken. Mit leerer Hand? Ja. So oft, bis die dich nicht mehr abwerfen. Okay. Ich muss mir erst mal ein hüppiges Pferd aussuchen. Die sind aber alle irgendwie nicht so schön. Ja, kannst du... Können wir die züchten? Ja. Züchten die dann auch andersherbige? Das weiß ich nicht. Komm, hör auf mich abzuwerfen. Mein Pferd ist recht brav. Ich mein's nicht. Ich weiß nicht, wann man die dann gezähmt hat. Du bist. Ob dann der Herzchen... Oh, jetzt, jetzt. Hi, Herzchen. Welches war denn das jetzt? War das jetzt das hier oder das da unten? Das weiß ich doch nicht. Oh, fuck. Nein! So. Ja, nice. Ich hab ein Pferd! Mhm. Meins mag mich nicht. Das dauert voll lange. Bis irgendwann mein Herzchen kommt. Mich hat's auch ungefähr eine Million mal abgeworfen. Ja, komm, lieb mich, bitte. Oh, jetzt! Jetzt musst du E drücken. E? Ja. Und den Sattel links oben reinziehen. Ah. Und jetzt kannst du es steuern. Juhu! Uhuhuhu! Huch! Das war Sprenzen. Falsche Taste gedrückt. Ach, wir können eigentlich auch mit Eseln noch gar nichts anfangen, weil wir noch keinen Slime haben und noch keine Seile machen können. Hm, okay. Wie sollen wir denn unsere Zeug da? Ah ja, erst mal das Wichtigste auf den Pferden mitnehmen, ne? In unser Inventar. Wir bräuchten so eine, so eine, wie heißt die, Endertron? Ja, aber dafür brauchen wir mal eine Enderperle. Ah, naja, dann müssen wir einen Ender mehr töten. Huch! Oh. Nee, oder? Nein! Wo ist mein Pferd? Wieso dismountet das immer wieder? Ich weiß es nicht. Mein Pferd ist weg, ja. Ah. Ist, glaube ich, nicht so cool, mit dem durchs Wasser zu reiten, wie es aussieht. Oh, schön so. Schieb's raus. Das ist aber die falsche... Bleiben die jetzt hier? Ich hoffe, die bleiben jetzt da stehen. Oder rennen nicht zu weit weg. Komm schon, Pferdchen. Ich hol schon mal ein bisschen was. Ja, sehr gut. Ein bisschen Wasser, oh, okay. So. Ähm, oh. Oh, oh, oh. Bist du runtergeblumst? Ja. Cool. Also ich bin da falsch... Da fließt doch noch so ein Nebenstrom runter, ne? Da bin ich runter. Ach so. Zum Glück bin ich nicht gestorben, ne. So. Nehmen wir auf jeden Fall die Kohle noch mit. Eigentlich müssten wir noch warten, bis das Zeug gebrannt wurde. Ähm. Nimm alles aus den Fernenses raus. Auch die Kohle. Hast du alles aus den Fernenses raus? Ja. Ja. Ich denke schon. Ne, in der unteren ist noch Kohle drin. Ja, warte. Jetzt immer. So, hast du die Kohle auch weg? Dann nimm mal noch das... Ähm. Warte, die Kohle ist noch nicht ganz weg, ja. Ja, dann nimm alle mit. Ich kann nicht. Ich hab keine... Ach so. Ja, dann nimm mit, was du kannst. Das andere Zeug ist eigentlich uninteressant. Hm. Warte. Was kann ich denn noch hier lassen? Den einen Dreckblock kannst du noch da lassen. Links unten. Oh ja. Und die sieben Fackeln sind auch nicht so schlimm. Und die drei Wolle eigentlich auch nicht. Drück nochmal. Ja. Okay, passt. Dann sieht alle Kohle jetzt aus. Machst du das? Ja. So. Dann auf nach oben. Volles Höhengeräusch jetzt hier. Dein Pferd? Ne. Ach, ne. Du musst Pferd wieder mal baden gehen. Wo sollen... Wo müssen wir eigentlich hin? Auf die andere Seite des Wassers. Also nicht auf der auf die... Also... Ja, auf die andere, auf die du schiebst. Na egal. Na egal. Kann man ja auch über die Dinger da reiten, oder nicht? Man kann hier durch. Hier drüben, wo ich bin. Ja, das meine ich ja. Ich glaube, mit dem Pferd wird es noch schwerer, dir zu folgen. Wieso? Ich finde es immer komisch, dieses Reitgefühl. Also, ja. Das Gefühl von Geschwindigkeit in Minecraft. Ja. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Und auch wie das Pferd irgendwie läuft, ist so komisch. Bisschen eckig. Sag mal, findest du eigentlich noch zurück? Oh fuck. Jetzt starke ich gerade in den Bäumen fest. Du starkst fest. Stark. Hier übers Wasser. Eine Böde. Kommen wir hier hoch? Irgendwie? Ja. Ja. Geht. Bis oben? Okay. Dann hier lang. Hüttü. 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 Hoch. Hier geht es besser hoch. Ah, das wollte ich eigentlich noch. Oh, ein Häschen. Häschen. Oh nein. Rosa Schweinchen und Kühe. Oh, noch ein Kaninchen. Wo geht es denn hier lang? Oh. Ähm. Wir müssen weiter nach rechts. Wir müssen weiter nach rechts. Oh, huch. Sonst schaffen wir die Pferde so voll durchs Wasser. Das will ich eigentlich nicht. Oh, oh. Was denn? Es wird Abend. Schaf noch. Schaf noch? Ja. Ach, hier war das... Nee, oder? Hier waren doch die ganzen Creeper und so. Müssen wir dann jetzt nicht nach rechts? Ja. Also, wo wir die Nacht verbracht haben mit den ganzen... Ja. Da hängt auch noch die Fackel. Hm. Oh, oh. Oh, oh. Hier geht es ziemlich steil runter. Mach bloß auf. Vorsichtig hier. Au. Ja, so viel dazu. Au. Reitest du nur lang? Hier am Wasser. Du bist schon sicher, dass es richtig ist? Ja. Okay. Ich habe nur Angst, hier quer durch den Wald zu reiten, wegen den Bäumen. Oh. Da sind wir. Ah. Jetzt habe ich mich gecrushed an dem Blatt. Tu mal im Wald. Ja. Das sind ja ein bisschen am Wasser... Oh, oh, oh. Pferdchen. Schiss, mein Pferd ist wieder mal dringend. Ah. Also, ich schaffe es nicht mehr, glaube ich. Wo bist denn du? Ich hing hier drinnen. Ach so. Du schaffst das. Nee. Komm schon, Pferd. So, und jetzt mit Anlauf bitte da drüber, mein Pferdchen. Ach, jetzt ist es wieder hier stecken geblieben. Wo ist denn das? Ja, eins ist auch hängen geblieben jetzt. Wasser. Komm schon, Pferd, nicht mehr weit. Äh, raus aus dem Wasser, Pferdchen. So. Ich habe eins in Sicherheit. Bin gleich da. Du kannst über den Zaun drüberhüpfen mit dem Pferd. Ja, ich muss das... Ich stecke hier wieder im Wasser. Wo ist denn das Pferd da? Oh, nein, es hindert dir erst ein... Ach, nee, doch nicht. Was? Ich habe gedacht, es wäre ein Spinnenreiter gewesen, aber es war nur ein Skelett, was hinter der Spinne stand. Ja, das wäre natürlich wundervoll gewesen, wenn hinter mir ein Spinnenreiter wäre. So. Und... Ich liege im Bett. Yay, wir haben es geschafft. Mmh. Ah, ah, schön. Gemütlich. So, darf ich jetzt die schicke Lederhose wieder ausziehen? Von mir aus. Wieso habe ich denn jetzt zwei Saplings eingesammelt? Ich habe mich mit das Eisen da rein. Warte mal, nee, warte mal. Ich? Ich wollte... Wo ist denn jetzt hier? So, pass auf. Wir bauen jetzt hier hausend eine Truhe rechts. Und da kommt das wertvolle Zeug rein. Gold, das... Ja, aber kann ich nicht mehr das Eisen in den Ofen haben? Ach so, das wolltest du her. Ja, klar, das kannst du machen. So, das lade zu Likon hoch. Hallo? Entschuldigung. Ich wollte das Eisen hier drüben hin stapeln. Und das so hin ungefähr. Und das so. So. Na ja, und der Rest kann einfach irgendwo... Obwohl, eine Truhe für Kohle könnten wir noch machen. Ich baue mal gerade noch eine Truhe. Wie macht das? Wupp. Die kommt dann hier hin. So. Da kommt Kohle rein. Den restlichen Schmutter haue ich gerade noch dort rein. Ja, doch. Jetzt haben wir einiges an Kohle. Naja, es geht. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. So, jetzt müsste man mal schauen. Hier ist meine Hake. Karotte für mich. Nym, 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 nym. Ah, einen Weizen wollte ich noch mitnehmen. Wo haben wir einen Weizen? Oder willst du die Tierchen füttern? Äh, oh ja. Oh, ist aber nichts gewachsen hier wirklich. Oh. Ich mag die auch füttern. Körbiskopf. Dann komm. Naja, ein paar Weizen sind doch fertig. Naja, zwei, wie es aussieht. Warte, warte, stopp, stopp. So, jetzt lauf. Hallo, warum sind wir zu dir hin? Ich fütter die Schweine. Ach, fein. Jetzt habe ich keine Möhren mitgenommen. Ich aber. Achso, dann fütter ich die Kühe und die Schafe. Ach, die Kühe und die Chickens. Die Kühe sind auch nicht gewachsen. Ähm, ja. Hast du die Hühnern gefüttert? Ja, bin dabei. Hallo, Huhn. Eins. Und Huhn zwei. Ein Ei. Yay, da ist ein Babyhuhn rausgekommen. Yay. Aus meinem Ei. Äh, WTF, was ist hier passiert? Oh. Warum? Das Baby-Schaf ist geflüchtet. Wo ist denn hin? Hier unter dem Zaun entlang. Ist doch wieder rein. Nein, das ist hier drinnen oder draußen. Wo läuft nur hin? Warte, ich fülle gerade noch ein bisschen Dreck. Ich glaube, die großen Schafe passen nicht dadurch, aber die Baby-Schafe... Da ist ein großes trotzdem draußen. Das ist das Kleine, was gerade irgendwie gewachsen ist. Achso. Cool. Das ist so ein Mist. Ich töte es. Geben die kleinen Schafe eigentlich auch schon Wolle? Nee. Nein. Hier. Achso. Achso. Na toll. Was denn? Da Wolle. Danke. Hast du die Schweine schon gefüttert? Ja. Aber es ist nur ein Baby-Schwein? Nee, doch, es sind zwei. Ich hab nichts gesagt. Schilf. Ach nee. Hier ist auch ein Höhlengeräusch gewesen gerade. Nee, ich hab's gehört. Ja. Klang fast so, ja. Das klang genauso. Natürlich. So. Ich wär dafür irgendwie, dass wir noch mehr Strand hier hinbauen. Ich mag Strand. Hm. Vielleicht. Also an irgendeiner Stelle vielleicht. Irgendwo dort, wo kein Hafen entsteht dann, ja. Und an den Strand, dann ein bisschen weiter weg, dann kommt so ein fettes Villa-Haus. Jep. Teil. Okidokili. Oder so. Erstmal... Würde ich eigentlich gerne Slime haben. Aber das ist so selten. Das ist doof. Oh, wir haben ja noch rohes Fleisch, ganz viel. Ja, dein Pferd hat natürlich die Rüstung bekommen. Schon klar. Das hab ich ja auch gefunden. Hm. Komm. Guck. Chicken. Das brät da gerade. Okay. Kommen hier die Pumpkins noch rein. Und das kann hier noch rein. Oh, ich brauch ein Schwert. Meins ist kaputt gegangen. Nein, das Eisen war hier, ne? Eins, zwei. Sind hier auch noch Stickies am Start? Nein, natürlich nicht. Hier. Nee, natürlich auch nicht. Holz. Holz haben wir aber. Eins. Eins, zwei. Yay. Sticky. Schwert. So. Irgendwie, wir sollten auch mal die ganzen Löcher hier füllen. Es sind so viertel Löcher im Boden. Da hat man immer Angst, drunter zu fallen. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber eigentlich müssten wir das schon noch offen lassen. Warum? Oder erst mal zumindest noch das Zeug hier rausschlagen. Die Kohle hier. So, ja. Ach, wenn wir da jetzt schon relativ viel haben. Nein, Schaf, komm hoch. Komm, du schaffst es. Ja, so ist brav. Oh. Vielleicht kann man daraus auch eine Kanalisation bauen. Ach, Schaf, wie dumm bist du eigentlich? Nee, das Schaf kann nix dafür. Hast du ne Kanalisation? Oh. Wirklich? Was? Wir haben ne Mine unterm Haus. Nicht im Ernst. WTF, WTF, WTF. Krass, krass.